Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf myFIFA. Ich bin's, euer Martino und wir spielen heute in der Runde Jump Worlds. Heute mit keinem Thema. Wir spielen einfach nur einen Jump Worlds. Und ich spiele heute mit dem Pack über einen bestimmten Charakter, nämlich... Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Runde 1. Es geht los. Herzlich willkommen zu meiner... Warte, stop, stop, stop. Mit dabei natürlich der Miyai, ohne Skin. Den habe ich vorher vergessen. Herzlich willkommen zu meiner Map. Viel Spaß. Ne, kein... Ich bin schon wieder so mit dem Video-Map, also ich... Ah, da oben kommt der Iggy-Diggy-Tron. Ich bin gefehlt. Ah, du Opfer. Weil ich fälle direkt. Ich fälle bei den allerersten Jump & Runs. Da bin ich auch beim allerersten Jump & Runs. Ich bin auch dort gefehlt. Ich bin sehr gut... Hashtag Seelenverwandte. Ja. Jetzt, Papi. Schaff ich's. Ich schaff's, Papi. Hm. 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 Warum fängst du an zu stöhnen? Nein. Ich hau so mein Leben. Hilfe. Hm. Ich fass mit Bechern ist an. Hm. Oh, ja, mach ich mir so eine Legende. Oh, shit. Oh, sheesh, Alter. Sag's nicht. Nein. Leute, was war das, bitte? Guck mal, wie hoch. Guck mal, wo ich bin, Alter. Oh, ich meine, ich glaube, jetzt sind das ja alles so rot. Ja. Hä? Man kann den Jump & Run anlegen. Skippen? Aha. Na? Ich mach's einfach. Wo bist du jetzt? Hm. In Wasser. Und jetzt? Lol. Also... Alex! Siehst du mich? Siehst du mich? Nee. Ah, scheiß, Alter. Ich bin so... Manche woanders. Was? Mit dem 3. Mit dem 3. Mit dem 3. Das trägt heute 2. Äh weiter. Äh weiter. Äh. Wie hell bei der Depressionen hat. Boah, ich hab heute nicht meine Tabletten genommen. Oder du hast deine Tage. Ja man. Junge, ich hab meine Scheiß Jackporn. Du bist immer auf den Junge zu sagen. Schau dir mal wie oft ich sterbe. Alter, deine Tode sind ein wenig höher als meine. Heute hab ich grad den leck, 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 leck. Halt doch deinen Scheiß, Mama. Ich wurde, ich wurde, ich hab drei Freunde. Junge, wer will das mein Freund sein? Nee, mit dem werd ich nicht befreundet sein. Warte, seh ich das schlecht, oder? Als ob man den echt... Wie weit bist du, Alter? Junge, jetzt kommen grad die richtig harten Sprünge. Ich übersprünge gerade den ganzen Dumpen rein, gell? Gell, mach das aber. Brutal hart. Ey, sneak mal. Gell, ne, hier sind Zombies und Benni, äh, Skeletto. Wenn du dich einmal probierst, du bist tot. Komme gleich. Bist du bei diesen Häuschen da? Nein, ich bin grad so im Untergrund, Alter. Das ist so richtig heftig. Ich weiß nicht, wo es weiter geht. Junge, ich pass gerade, aber ich bin grad den Chippoint nicht. Man muss ja auch sowas suchen. Junge, bei fünf Minuten kann man wenigstens schon mal die Map gefährden. Also ich find die eigentlich recht okay. Ich find die eigentlich recht scheiße. Soll ich was sagen? Wie heißt? Wenn ich die ganze Zeit neben dem Tier stehe? Du Tier... Ja? Hallo? Arsch mit Minecraft-Apple. Sonic the Hedgehog. Nächste Runde. Ja, ich darf piepen. Wir sehen uns in der zweiten Runde. So, Leute. Das ist ne Kack-Map. Man kann nicht durch Lara sterben. Das ist so behindert. Aber... Jetzt in der nächsten Map. Mal gucken, ob Mihai die besser kann. Leider immer noch mit Zetkes sei Mihai. Irgendwann... Irgendwann wird Mihai nie wieder Michael spielen. Ist halt ehrlich so. Ist halt so, Alter. Man fragt ihn, glaube ich, in letzter Zeit so auf. Wegen Minecraft habe ich Probleme, Alter. Ich wurde... Ich wurde... Ich hab Probleme, ja. Süßliche Probleme. Und Probleme mit seinen Minecraft-Freunden. Grüße gehen raus an Mareide. Ich schwör, ich nehm gleich mein Laptop so auseinander, Alter. Also kannst du, dass er die Effekt-Blöcke nicht aktiviert. Leute. Leute, ich... Leute, ich verlos meinen Minecraft-Account. Leute. Schaut bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Abonniert den. Bald kommt ne Verlosung von seinem Minecraft-Account. Also guckt bei ihm vorbei. Er ist unten in der Videobeschreibung. Eigentlich in jedem Video verlinkt meistens. Schau dir mal, wie oft ich gestorben bin. Er hat die Effekt-Blöcke, fuck it. Zu aktivieren, ne? Da ist so ein grüner Block und der macht gar nichts. So, jetzt bin ich endlich auch bei dieser scheiß Lava. Ja, guck mal. Wenn du in einem nächsten Raum bist, ne? Also da ist dein Checkpoint erstens. Wenn du fährst, musst du das alles nochmal machen. Und zweitens... Guck mal, der grüne Block dort. Siehst du den? Was? Siehst du den grünen Block? Eigentlich hast du mal Speed bekommen, ne? Geh mal drauf. Geh mal drauf. Hat der vergessen einzustellen, ne? Ja, man bestimmt auch nicht in Lava. Also er dachte, er macht so Todesjumpelrun. Guck mal, wie die Map auch heißt. 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 Guck mal, ich versuch dich mal. Mihai. Siehst du mich, was da? Siehst du mich? Ja, ich seh's. Ich wollte eigentlich nicht den Dampf von seiner Mutter wissen, aber... Ich... Ich... Also ihr... Übertrin jetzt das ganze Jumper an. Alter. Geschafft. Also... Gutes Map bauen. Also gut gebaut. Tschüss. Ich bin da mal weg. Also... Ich weiß ja nicht warum. Lass mich noch fertig. Ja, okay. Pack epische Musik. Pack epische Musik. Dann... 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 Komm mal zu mir. I beam's. Einlau. Mihai hat's jetzt zur Abküssen geschafft. Also... Okay. Wies. Wies. Wies geschafft. Ich hab... Ich hab... Ich hab dafür nur... Also Leute... Ich war hier eine halbe Stunde. Oh mein Gott. Ich hab keine Abkürzungen genommen. Okay. Nächste Runde. Nächste Runde. Bis gleich. So. Dann sind wir in der dritten Runde. Hallo Mo. Und... Andere... Oh nein. Ein Mo Empire Quiz. Das ist von Empire. Empire. Mo Rewi. Ähm... Ich hoffe... Rotpilz. Und dieser... Äh... Richtig. Ja. Das ist richtig. Weil wenn du schon um Mo gehst. Und er nicht bei Empire. Aber jetzt wär das bisschen dumm. Ne? Also was solltest du noch mal sagen? Nichts. Bei 60... Bei 60 likes... Blende ich meine Nummer. Also kannst du meine Nummer irgendwann blenden. Okay. Dieser Quiz ist so... Ach scheiße. Das geht aber nur für eine Woche. Sie müssen in einer Woche 60 likes schaffen. Teil das mit Freunden und allen. Oh Junge. Dann schaffst du echt 60. Tschüss. Dann, dann, dann. Das ist das langweileste Level der Welt. Also zum Abschluss so ein Empire Quiz. Ich hab die Folgen von dem Gewissen geguckt, ne? Ich auch. Ach nee. Hier. Ja, blond. Ja, moin. Weil es war ein kleines Roleplay. Ah, das ist blond. Ich dachte immer, das war rot. Also Empire hab ich auch nicht so oft geguckt. Nur wenn wir mal... Nur wenn ich krank war oder doch. Alter, wer will das schon wissen, Alter? Ich weiß es aber. Junge. Weiß es. Platz kurz auf mich. Ach, ich sag dir von Erfahrung aus, das ist das. Hab doch gesagt, das ist das wichtiger. Okay, das wusste ich nicht. Ein Fail. Du hast zwei Fails. Kommt jetzt doch mit Jump'n'Roll oder Ende? Bitte Jump'n'Roll. Ja, ein... Ach, das sieht noch heftig aus. Geil. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Unterhaltung in der Map. Aufstufend. Auf Wiedersehen. Hey, hoinerradisch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Azstiu. Nachrichten. Auf Wiedersehen. Wereauds rundstuern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich würde sagen, da haben wir bei mir ein wenig platt gemacht, hast du noch ein paar letzte Worte? Nein. Ja okay, dann würde ich sagen... Oh doch, doch, ich habe meine letzte Worte, ich habe meine letzte Worte. Schaut bei ihm vorbei. Maria Elisak, hallo? Ja okay, schaut bei ihr hinten noch vorbei, schaut bei allen in die Kommentare. Hallo, hallo. Hallo. Oh, jetzt kommt die wieder. Schaut bei allen in die Kommentare vorbei. Wie ist meine Bienchen? Ich gebe dir gleich eine Bienchen, wenn ich dich auf der Gamescom sehe. Und ich würde sagen, bis dahin und tschau. Hallo zu uns, willkommen... Hallo zu uns, willkommen zu einer neuen Folge Jump World. Sonic the Hedgehog.